3, 2, 1 Du musst noch synchronisieren, ne? Einmal schreien. Alle waren nicht gut. Geil. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Pack'n'Play, eine YouTube-Premiere, oder Marcel? YouTube-Premiere. YouTube-Premiere. Wir duellieren uns mit der AdrenalinXL Wow2Warschatz 2018 Serie von Panini. Fünf Booster sind am Start und mein Gegner, habt ihr ja schon gehört, ist Mr.Deadcast. Hallöchen. Stark, Marcel. Fünf Booster und ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten, oder? Ja, dann starten wir mit dem ersten. Alles klar. Dennis? Ja? Ronaldo am Pack. Am Pack? Ja. Achso, auf dem Pack, oder wie? Ja, auf dem Pack. Stark. Ich hab Messi auf dem Pack. Stark. Messi und Ronaldo auf dem Pack. Direkt in den Titel. So, ich drehe hier alles mal um. Die erste Karte ist schon mal richtig, richtig gut. Ah, so lalala mir. Aber, ja. Oh, Axel Witsel, der mit den schönen. Hahn. Nein, blauen Augen. Marcel. Das war schwach von mir. Das erste Pack war richtig beschissen. Ja, meins ist auch nicht viel besser. Dann wird's Zeit für das zweite, oder? Ja. Ganz stark. So. Oh. Ich bekomm den Booster nicht auf. Nee, oh, der ist besser. Der habe ich hier schon mal einen Angreifer. So. So, ich bin jetzt fertig mit den Karten drehen. Und jetzt kann ich mal gucken. Also, okay. Hashtag Hauhey einmal in die Kommentare hier für Schellbrett. Aber den benutze ich nicht. Der hat nur 70. Nee, 75. Aber ist trotzdem zu schwach. Also, ich warte hier schon wieder nur auf Marcel. Der braucht schon wieder so lange hier mit seinem Booster. Mann, 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 ey. Nächste Booster. Ja. Ich bekomm den Booster schon wieder nicht auf. Oh, jetzt ist er auf. Oh, ich hab nen Keeper. Stark. Mein erster. Also, muss ich den verwenden hier. Zack. Uh, der ist gut. Der ist sehr gut. Aber irgendwie fällt mir auf, dass die Werte allgemein etwas schwächer sind, oder? Ja, das stimmt. Also, zum Beispiel der Control-Wert ist nicht so gut. Ja, im Vergleich. Bei der FIFA 365 waren deutlich bessere dabei. Ja. Irgendwie sind die allgemein so. Keine Ahnung. Mal gucken. Wir haben ja noch zwei Booster. Oh, der ist gut. Dennis, wartest du schon wieder auf mich? Ja. Bei mir geht's alles zack zack hier, ne? Zack zack. Ja, ich muss dann die Aufstellung später noch besser kontrollieren. Also, nicht so ein Booster außerdem. Ja. Oh, da glänzt was. Da glänzt was Feines. Markus Berg, was weiß ich mit ihm denn? Ja, zwei Powerkarten im Pack. Stark. Oh. Nicht drei Powerkarten, dann wäre das der 526er. Ja, genau. Aber hatte ich noch nicht. Ich hatte noch nicht drei Powerkarten in dieser Serie. Zwei hatte ich schon mal, aber drei gab's leider noch nicht. Dann wird's ja Zeit. Ja, ich warte hier auch noch auf den 526er. Dennis, du hast einen Titel. Ja, ich weiß, was du jetzt hast. Ja. Immer wenn du das sagst, hast du einen von den Zweien. Ja. Du bist so ein Verrückter. Und ich ziehe nur so Müll. Ich nicht. Ja, glaub ich dir. Bist du bereit für den letzten? Ich hab so ein Chaos hier. Nö, ich hab den ersten Booster noch nicht durch. Das Chaos-Duell. Ja, also, so nächster. Nächster Booster. Und der letzte. Ja. Und ich ziehe Ronaldo Top Player. Sehr stark. Nicht. Oh, das ist mal ein besserer. Oh. Der ist geil. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen upgraden. Okay, ich hab's. Wenigstens einen Goalstopper. Naja. Ich hab 3, 3, 3. Das ist nicht so gut. Einer zu wenig. Ne, zwei zu wenig. Ne, doch. Einer zu wenig. Ja, einer zu wenig. Ja. Ich werde hier noch. Ah, der ist gut. Die nehm ich. Okay. Also, ich wäre fertig mit meiner Aufstellung. Ich spiel in 3, 4, 3. Ich spiel 4, 5, 1. Stark. Ja. Und ich würde sagen, ich starte mein Hinspiel. Rückspiel gibt's auf jeden Fall noch bei Marcel. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Ja. Ich würde sagen... Anpfiff. Anpfiff. So. Weil's so schön ist... Nö, jetzt fang ich wieder wie beim letzten Mal. Weil's so schön ist. Ja, weil's so schön ist, darfst du mich jetzt angreifen. Ah, ich nehm den mal hier. Okay. Ja. Ich habe Simon Kea, der dänische Innenverteidiger, mit 82. Ich hab hier... Romeo... Oh, Entschuldigung. Romelu Lukaku. Goalmaschine. 93. 93. Ah, schade. 0,1 Marcel geht in Führung. Und du bist dran. Weil's so schön war, greife ich dich gleich nochmal an. Hm, ja. Ich hab hier... Cristiano Ronaldo... Base. Mit 90. Was soll das? Marcel, was soll das? Ich hab Tobi Alderweild. Schwieriger Name. 81, Abwehr. Stark. 0,2 Marcel. Das ist erführt hier. Mann, 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 Mann. Ja. So sieht's aus. Also, okay. So läuft der Haas, ne? Ja. Dann würde ich sagen... Mittelfeld-Duell. Sehr gerne, ja. Ich hab hier... den Gast... also einen der Gastgeber von Russland, nämlich... Tchagow. Als Game Changer mit 89. Game Changer. Mit 89. Mann. Ja. Ja, den hab ich auch. Ah. Ich hab genau die gleiche Karte jetzt in diesem Moment genommen. Echt? Ja. Schöne Karte. Also... bleibt es beim 2-0. Für dich. Sehr gut. Und du bist weiterhin dran. Okay. Dann würde ich sagen... Äh... noch ein Mittelfeld-Duell. Okay... Ja. Ich hab hier nämlich... Verratti. Äh... Ganz normal Base. Mit 86. Ich hab... Muttiño. Portugal. Europa-Meister. 80. Kontroll. Jawoll! Jawoll! Also... Marcel ist hier richtig los. Ihr Marcel packt aus! Das erste Mal, dass ich auspacke hier. Jawoll! 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 Vollstopper. Das ist richtig schlecht. Du darfst mich angreifen. Okay. Ich hab hier Gary Medell mit 86 Abwehr. Der hat 86 Abwehr? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab Arkadius Milik mit 84 Angriff. Schwach. Das ist... Das wird jetzt hier peinlich, ne? Also die Karte ist schwach. Ja, 0,4. Und wie viele Karten sind noch? Sechs. Also ich kann noch gewinnen. Du kannst noch gewinnen. Okay, dann greif ich an bei dir. Okay. Ich hab hier... Gonzalo Higuain. Goal Machine. 96 Angriff. Ich hab meine stärkste Karte genommen. Gianluigi Buffon. Kennst du sicherlich. Ja. Fans-Favorite. Ja. 92! Jawoll! 5-0! Und ich kann nicht mehr gewinnen. Nur noch unentschieden raus sollen hier. Sehr schön. Okay. Naja. Das ist nicht so gut, aber... Ja, Mittelfeld-Duell. Okay. Hab ich nicht so ein gutes Gefühl. Ja, ich hab hier... Hen-Hen-Henriksen. Fans-Favorite mit 82. Control. Whitney-Roll. So! Mesut Özil. Gamechanger. 87. Oh, stark. Ja, ganz, ganz stark. Das heißt, ich verkürze und mache den ersten Punkt. Ja. 1 zu 5. So. Und weil es so schön war, ne? Weil ich eben einen Punkt gemacht habe, darfst du mich jetzt angreifen. Ich darf dich angreifen? Ja. Okay. Ja. Ich habe, hast du eine? Ja. Ich habe Marquinhos als Defensive Walk, richtig schöne Karte, mit, Trommelwirbel bitte, 91. 91 Abwehr. Ja. Ich habe hier Raheem Sterling mit 81 Angriff. 2 zu 5. Stark. So. Und weil es so schön war, darfst du mich nochmal angreifen? Nochmal? Ja. Passt mir jetzt wieder sehr gut rein hier. Ja. Sag du mal zuerst. Koscielny. Koscielny. Oh, du greifst mit einem Verteidiger an. Ja. Das gefällt mir. Ja. Von Frankreich mit 70 Angriff. Ich habe Leonardo Bonucci, Italien, spielt bei Juventus Turin, wenn mich nicht alles täuscht, mit 85. Jetzt geht es bergab hier. 3 zu 5. So, dann. Ja, ich. Entweder riskiere ich es, oder? Riskiere ich es, Dennis. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich könnte angreifen. Ich könnte auch nochmal verteidigen. Ach komm, ich greife an. Okay. Ja. Ich glaube, das war ein Fehler. Nö. Wen hast du? Ich habe hier... Sag mal nur den Namen. Wieder. Dobar Goy Wider. Ja. Und ich sage, der hat 80. Nö. 81. Nö. Weniger? Ja. Ein Robben 82. Ich habe hier... Ich habe hier Wider mit 79. Jawohl. 4, 5. Und jetzt muss ich überlegen. Was mache ich? Mach das Richtige, Dennis. Mittelfeldduell. Mittelfeldduell. Okay. Sag mal deinen Namen wieder. Ja. Ja, ich habe hier... Radecki. Das ist der Keeper. Ja. Das ist mein Keeper. Jawohl. Mit 72. Ich habe Axel Witsel, der Typ mit den schönen blauen Augen, macht das 5 zurück. 79. Ole. Du hast die ersten 5 Punkte gemacht. Ich habe die letzten 5 Punkte gemacht. Und ich würde sagen... Stark. Ohne Abfüllspächer. Hier, Ronaldo. Einfach geil. Aber eins hatten wir ja. Ronaldo im Pack. Ja, wir hatten Ronaldo im Pack. Wir haben hier ein schönes Unentschieden. Das heißt, die Entscheidung gibt es im Rückspiel bei Marcel. Da gibt es natürlich noch weitere 5 Booster. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank, dass du dabei warst, Marcel. Sehr gerne. Ich freue mich aufs Rückspiel. Ich auch. Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski. Und reingehen.